Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind vor Ewigkeiten hier im Schatten-Tempel stehen geblieben. Und ja, es tut mir leid, dass so lange nichts kam, aber Schule, Abitur, Lernen, Stress. Aber das soll eigentlich keine Entschuldigung sein. Ich war auch ein bisschen unmotiviert, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen einkriegt bei mir. Aber ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben und ich finde es übertrieben geil. Es kommt ein Remake zu Majora's Fucking Mars. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel der Zelda-Reihe und ich freue mich so drauf. Und für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, die sich noch nicht da so beschäftigt haben, es kommt ja auch ein New 3DS raus, das werden wahrscheinlich schon die meisten von euch wissen. Aber auf dem New 3DS wird es Features geben, also spezielle Features für Majora's Mask, die nur auf dem New 3DS verfügbar sind. Also, ich sage uns, dass Nintendo will es dazu verpflichten, den New 3DS zu holen. Ich habe damit kein Problem, weil ich will die mir sowieso holen. Ja, aber so. Nur das. Die, die mich gucken, vielleicht informiert darüber sind. Hör auf, ich stirbe. Nein! Ah, fuck! Ich dachte, der braucht noch drei Schläge. Pisser. Da, genau da. Oh mein Gott, an der Kiste. Ich könnte eventuell, durch die neue Funktion bei meiner PS4 könnte ich zum Beispiel auch mittlerweile PS4-Spiele aufnehmen. Die Frage ist halt nur, meine die Sound-Qualität ist ein bisschen minderwertig. Ein bisschen schlecht. Aber sonst könnte man es eigentlich ganz gut machen. Es ist halt nur die Frage, ob ich es machen soll oder ob ich es lassen soll. Dann könnte ich zum Beispiel The Evil Within oder jetzt habe ich noch Watch Dogs, habe ich schon durch. The Binding of Isaac Rebirth habe ich auf der PS4. So was halt, was noch dazu kommen wird, ist Dead Island nächstes Jahr. Wahrscheinlich The Order. Ja, aber so. Die könnte ich dann halt auch alle spielen. Wäre halt wirklich kompensabel. Nehme ich auf. Schneiden müssen zusammen, weil da das Schneidprogramm auf der PS4 ist richtig gut, finde ich. Das gefällt mir. Ja. Aber man kann sich ja mal überlegen. Bin ich auch am überlegen. Wäre ja auch eigentlich nicht blöd. Hat dann ein größeres Spielspektrum. Muhaha. Muhaha. Muhaha, komm. Bam. Hä? Achso. Du Schlingel. Aber ich freue mich richtig auf das neue Majora's Mask. Ich mag das Spiel. Ist ja nicht so beliebt bei vielen, aber ich mag's. Ich find's geil. So. Aber jetzt mal wieder hierzu. Wir haben noch etwas vor. Ein paar Dinge in diesem Tempel. Aber wir dürfen das auch schnell schaffen. Dann gibt's noch ein Tempel und dann sind wir auch schon fröhlich. Ja gut, das dauert halt schon noch eine Zeit. Sollte man nicht unterschätzen. Nein, keine. Nein. Oh, ich ich hasse diese Passage. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Hier. Frisst das. Du frisst das. Ups. Nein. Stimmt. Ja, ja. Da kommen die ganzen Tricks raus. Mit dieser kleinen Falle da. Link, was kannst du eigentlich? So, da hinten hab ich den Durchgang jetzt gesehen. Wir brauchen aber äh, halt Pfeil und Büschelein. Was passiert, wenn ich's wenn, wenn kann man das überhaupt aufschießen? Das sieht nicht so aus. Ja, du Hecker. So, jetzt brauchen wir wieder die Fliegeschuhe. Schwebestiefels. Willst du mich boosten? Ich hab mich nämlich ohne nicht getraut, gerade. Oh, jetzt kommt wieder die Dicke, oder? Oh, nee. Hey, nicht mal. Warum kann man die dadurch eigentlich nicht treffen? Oh. Tod. Also nicht tot, sondern Schaden. Oh, ich wollte gerade wieder schlagen. Okay. Packen wir mal wieder die Bombis aus. Die Bomberlements. Bombadier. Na, es ist durch mich durchgeflogen. Nein! Jetzt hat er mich. Doch nicht. Der Noob. Ich finde, es ist gar nicht so einfach mit dem Playstation-Controller. Ich muss mir mal einen Gamecube-Controller für dieses Spiel zulegen. Oder generell für Zelda sich aufnehmen will. Das würde generell Gamecube-Spiel immens vereinfacht. immer diese Geheimnisse. Du, 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 du. Oua. Scheiße. Da ist hier rein, habe ich gesagt. Gemeint. sagen wollen. um schönes kulturner uns genau die gehen dann müssen wir jetzt schein in das Loch schieben dann hinaus klettern und dann mal gucken was erwartet noch schneller 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 das ist doch kein wasser oder da rechts das schiff drauf ist oder bin ich blöd es ist niemals wasser aber der raum ist auch riesig wenn man den sich mal auf der karte anguckt ist das fies was waren die für meine vogelscheuchen das hat bisher nie geklappt mit der vogelscheuche versuchen wir es trotzdem noch mal wir machen werden oder auch nicht die 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 wir haben zu viel skill wir sind unbesiegbar jetzt fängt es an rumzuschweben das kann ja nicht sein dass ich vom schiff aus versuchen muss dieses goldfiller zu bekommen oder gar nicht wenn ich nicht mehr die chance zu bekommen naja kann man nichts machen trau dich doch trau dich du scheiß du sklaventreiber es kann auch sein dass die runterfallen dankeschön ok dann muss ich auch und link link das schiff singt spring ab rette dich auf festen boden um an als hätte ich das nicht selbst gesehen du vogel er hat vorgesagt tut mir leid bei mir ist der ding abgekackt und jetzt bin ich noch mal hinlaufen jetzt bin ich in dem raum durch wo wir über die ganzen materie beglaubten sind ähm bin ich jetzt in diesen anderen raum noch eingegangen da bin ich jetzt hier das heißt wir müssen noch mal schiff fahren wie hö hö will ich noch mal schiff fahren und die klatschen und ja da ist der schatz ist er ich dachte schon ich dachte schon wo ist mein schatz wau wie ne pfeile warum war mir jetzt ne pfeile hier ich habe es doch geschafft mies 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 Aua! Hau Herzen, hau Herzen, Herzen! Ja, jetzt sollen wir wieder Schiff fahren. Sehe ich das richtig? Ich hab das nicht richtig. Hab jetzt auch wieder die Kack-Gegner? Wahrscheinlich schon. So ein Scheiß. Warum muss die Emulator noch dazu abkacken? Wir werden jetzt das einfach nochmal machen. Jetzt kommt das neueste Bild, was wir noch nie gesehen haben in diesem Spiel. Vor allem nicht vor ein paar Minuten schon. Für euch. Und für mich ja auch eigentlich schon ein paar Minuten. Ich bin mir nur länger genauer als bei euch. Ihr Schlingel. Ja. 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 Mann. der kann nix der kann nix hallo wollen sie jetzt mal sterben hallo möchten sie sterben möchten sie sterben möchten sie sterben hallo die sterbe mies geben ähm da war ja easy ich bin ja nicht immer mit der ganzen Schifffahrt durch so, bitte klapp jetzt ja gut, das klappt ähm wollte ich jetzt bestimmt wo wir pfeile da wir pfeile genau dafür genau dafür brauchen wir die ich bin ein ganz schöner Schläge gell ja ich bin schon lange vorm Schiff runter das kann gar nicht mehr mit mir zusammen untergehen das ist auch abgebrochen aber da ist der körper dazu untergekommen ich war das nicht oh ne oh ne ich würde erstmal sagen in diesem Raum beenden wir den Part Wir sehen uns im nächsten Part und bis dahin. Cheerio!